Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal, Mathe leicht gemacht, mit dem achten Video der Playlist Rationale Zahlen und in diesem Video schauen wir uns an, wie wir addieren und subtrahieren. Ihr seht, wir haben das aufgeteilt in drei verschiedene Levels, einmal 1, 2, 3 Sterne, in diesem Video wird also noch recht leicht, wir haben 1 von 3 Sternen, es geht hier um diese Aufgaben, in den nächsten Videos werden die Aufgaben etwas schwieriger. Hier haben wir die vier Aufgaben, eure Aufgabe ist es, die jetzt einmal zu berechnen, wir zeigen euch natürlich gleich die Lösung, aber wir geben euch erstmal ein bisschen Zeit, damit ihr das probieren und pausieren könnt. Also 4 minus 8, wir starten bei der 4, also sind wir beim Zahlenstrahl hier und minus 8, wir können uns das immer sehr gut vorstellen, indem wir das einfach mit Gradzahl machen, wir stellen uns vor, wir haben jetzt hier 4 Grad plus und das wird einfach 8 Grad kälter, wenn wir jetzt also bei 4 Grad sind, gehen wir, wenn wir 8 Grad kälter, müssen wir natürlich nach links gehen, das heißt wir gehen 4 Grad zu mal bis zur 0 und dann nochmal 4 Grad weiter und dann wären wir genau bei minus 4 Grad. Und wenn man sich das mit den Gradzahlen vorstellt, kann man sich das eigentlich immer ganz gut vorstellen, weil man das ja im Alltag eigentlich auch immer so anwendet. Das Ergebnis schreiben wir auch nochmal hin, das heißt 4 minus 8 ist minus 4. Nächste Aufgabe, minus 3 minus 2,1. Auch hier gehen wir mal auf den Zahlenstrahl bei minus 3 und wir gehen jetzt minus 2,1, das heißt es wird wieder was abgezogen, das heißt wir müssen wieder nach links gehen, es wird also noch kälter sozusagen. Minus 3, minus 2 sind wir schon mal bei minus 5 und dann kommt nochmal 0,1 drauf, das heißt wir sind bei minus 5,1 und auch das schreiben wir noch einmal hier oben hin und dann sind wir schon mit der Hälfte fertig. Dritte Aufgabe, minus 5 plus 7,4. Gucken wir mal, wo die minus 5 liegt auf dem Zahlenstrahl, die sehen wir, die liegt hier unten und jetzt gehen wir von hier aus dem negativen Bereich in den positiven plus 7,4, gehen wir erstmal bis zu 0 und dann immer weiter und dann müssen wir sozusagen noch bis zu 0 und dann haben wir noch 2,4 übrig und dementsprechend liegen wir auch genau bei plus 2,4 hier. Das schreiben wir uns auch nochmal auf und dann ist die dritte Aufgabe fertig. Letzte Aufgabe, hier haben wir minus 1,5, das heißt wir sind auf dem Zahlenstrahl hier schon mal bei minus 1,5 und jetzt ziehen wir minus 0,8 ab, also es wird auf jeden Fall weniger, das heißt wir gehen hier auf dem Zahlenstrahl nach links und ja, können wir uns mal überlegen, minus 0,8 runter, dann sind wir auf jeden Fall bei minus 2,3 und das ist auch das Ergebnis von der letzten Aufgabe. Um die schwierigeren Aufgaben lösen zu können, schauen wir uns im nächsten Video, gibt es einen kleinen Einschub, schauen wir uns an, wie wir addieren und subtrahieren, wenn wir verschiedene Rechenzeichen hier hintereinander stehen haben, wie plus und minus und minus und plus. Seht ihr hier, gibt es verschiedene Kombinationen und das schauen wir uns im nächsten Video an. Also bis gleich, ciao!